Hä? Ja, das geht doch. Was willst du denn jetzt machen? Ja, die Pelle ab. In dieser Kugel ist ja dieses Rote. Und man isst ja nur das Rote. Das heißt also, das Grüne muss ja ab. Die Pelle ab. Warum die Pelle ab? Weil das Rote isst man. Ja, das weiß ich auch. Und? Willst du mich verarschen? Also mit Wasser im Benot habe ich gar nichts am Hut. Da kann ich drauf bezichten. Auch auf den Nachtisch, da esse ich lieber noch ein Schnitzel hinten drauf. Ich habe gedacht, dass das einfach wie eine Kartoffel, dass man dann die Schale abmacht. Aber es geht doch ab. Man isst ja nur das Rote raus. Ja, eben. Da muss man die Pelle doch abmachen. Ja, weißt du, wie dick die Schale ist? In Duisburg kriege ich die immer in so Joghurtbecher, wo man einfach mit der Gabel, also mundgerecht, schon fertig. Und dann kann man die schön essen und fertig isst.